Land in Sicht haben wir die Reihe von Regionalbereisungen genannt, die heute hier in Grafenau und in Freyung beginnt. Und es ist eine Reihe, in der wir uns mit der Zukunft im ländlichen Raum beschäftigen. Und Sie haben richtig gehört mit der Zukunft. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich darf mich herzlich bedanken für die Einladung und allen, die ein bisschen geholfen haben, diesen Ort und diese Region eine Bedienungsanleitung. So, wir sehen uns sonst. Willkommen. Schön, dass Sie uns besuchen. Mein Mann. Ein Mantel für alle Regionalaufgaben. 20 Regionalaufgaben haben wir. Das ist der allgemeine Mantel, der lokalisiertes, lokalen Fest. Worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Und dann haben wir hier vor dem Buch noch eine weitere Person eingetragen, die leider verhindert ist. Und was gibt es für die Genesung Besseres? Nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Ja. Wir wünschen gute Bessere. Gehe dich gerne weiter. Das ist gut. Also, dass wir noch gemeinsam sind. Soll ich euch froh? Danke. Du möchtest dich doch schon mal ganz, dass wir wieder weiterkommen haben.